Wir erstellen einen Sim, aber wir machen uns das Ganze etwas schwerer und zwar machen wir das Ganze schwarz-weiß. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. So, hier ist die gute Dame. Ich schalte mal auf schwarz-weiß um. Okay, das wird lustig. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den Haaren. Und dann nehmen wir, das ist ja gut, man kann sich wenigstens eine schöne Frisur aussuchen. Guck mal, da steht ihr doch perfekt. Und ich glaube, wir nehmen irgendwie so, ich glaube, das ist irgendwie so braun vielleicht. Dann gibt es ein Oberteil, da nehmen wir... Vielleicht nehmen wir so einen Blazer, ich glaube, das sieht süß aus. Das ist halt jetzt die Frage, ne, mit der Farbe. Ich glaube, wir riskieren diese Farbe. Dann gibt es noch eine Hose, vielleicht die hier, so vielleicht. Und dann gibt es noch Schuhe, dann nehmen wir die hier. Ich weiß jetzt nicht, welche die weißen sind. Ich denke, die... Das sieht doch gut aus. Und jetzt schauen wir mal, was wir da eigentlich so erstellt haben. Süß, Leute! Die Haare sind orange geworden, aber... Look at her! Sie ist wunderschön! Wowie!